So, zweites Video zur kommenden Season, kurz mal mit GBL-Bezug, was vielleicht jetzt nicht so viele Leute interessieren wird. Ich warte immer nämlich noch auf die März-Übersicht, die März-Grafik, die sie sonst immer posten auf Twitter mit den nächsten Raid-Bossen, auch wenn man jetzt im Season-Bereich schon die nächsten Raid-Bosse sehen kann. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin total enttäuscht. Diese Seite werde ich dann auch gleich vorstellen im dritten Video, denn nachdem wir jetzt Kapu Riki und Kapu Falla hatten, hat jeder damit gerechnet, dass jetzt auch Kapu Toro und Kapu Kime als Shinies kommen. Das stand eigentlich zu 100% fest, denkt man, nein, es wird kein einziger Kapu im März auftauchen. Die letzten zwei gibt es einfach nicht, werden einfach gestrichen. Stattdessen kommen die Wolkengeister zurück. Aber das ja dann zum März-Event, jetzt mal kurz auf die GBL schauen. Es fängt natürlich wieder die neue GBL-Season an. 90 Tage wieder Zeit, die drei Monate Zeit, wieder Rang 24 zu erreichen, Wrestler Pikachu als Shiny abzugreifen oder Rang 19 zu erreichen, Top-Lade-TM. Und hier ist der Kalender aufgestellt, damit wir sehen, am Mittwoch, dem 1. März, 21 Uhr, könnt ihr eure Sternenstau-Belohnungen abholen und mit der Season beginnen. Alle Ligen sind hier aufgestellt, dass man auch wieder den Ablauf hat. Ab 1. März bis 8. März haben wir die Superliga mit dem Fantasy Cup gleichzeitig in der Edition Hyperliga. 8. März bis 15. März haben wir die Superliga mit Farbcup in der Edition Superliga. Am besten verlinkt man diese Seite unten drunter nochmal, dass ihr das in Ruhe nochmal nachlesen könnt. 15. März bis 22. März, Hyperliga mit Psycho-Cup-Edition Superliga. Hier passt sowieso schon wieder das Bild nicht, weil hier ist das Hyperliga-Symbol, aber da steht Superliga dran. Also, ja, egal. Dann haben wir... Hier steht auch Hyperliga, da ist aber einfach ein Meisterliga-Symbol dran. 22. März bis 29. März ist immer noch Hyperliga, aber ein Mountain Cup in der Edition Superliga. Dann 29. März bis 5. April Meisterliga und ein Minicup, bei dem es dreimal so viel Sternenstaub für Siege gibt, außer bei der Belohnung am Ende eines Kampfsets. Damit ist der März schon weg mit GBL. Ihr habt also zweimal Superliga, zweimal Hyperliga und dann hier Meisterliga. Dann kommt die zweite Woche Meisterliga im April. 5. April bis 12. April Meisterliga und Frühlingscup in der Superliga. Auch wieder mit dreimal so viel Sternenstaub für Siege. Dann 12. bis 19. April Superliga, Hyperliga, Meisterliga und Entwicklungskup in der Superliga. 19. bis 26. April, nachdem alle Ligen gleichzeitig da waren, wieder Superliga. Und ein Wettercup in der Hyperliga-Edition. Dann 26. April bis 3. Mai Superliga und ein Meisterprämiercup. Dann zweimal wieder Hyperliga, nämlich 3. Mai bis 10. Mai Hyperliga, Minicup, 10. Mai, 17. Mai Hyperliga und Sonnenscheincup in der Superliga. Und dann am Ende wieder die Meisterliga vom 17. Mai bis zum 24. Mai mit gleichzeitig einem Elementcup in der Edition Mini. Wieder dreimal so viel Staub für Siege. Plus 24. Mai bis 1. Juni nochmal Meisterliga und Fangcup-Edition Reising Heroes mit dreifach Staub. Das merkt sich eh keiner, das trägt sich wahrscheinlich keiner ein. Das könnt ihr nachlesen immer bei dem Video in dem Link unten oder auf der offiziellen Pokémon Go Seite. Es gibt aber Kampftage, die sind für viele eigentlich interessanter. Ein Go-Kampftag mit Victor am 25. März von 0 Uhr bis 23.59 Uhr, also den ganzen Tag. Kampftag mit Victor. Eine kostenlose, befristete Forschung rund ums Kämpfen findet statt. Als Belohnung erhaltet ihr unter anderem Handschuhe im Stil von Victor, von Pokémon Diamant, Pokémon Perl, Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle. Trainer, die bei diesem Avatar-Artikel bereits die Belohnung für Rang 20 erhalten haben, bekommen kein weiteres Exemplar. Am Sonntag, dem 14. Mai, gibt es ein Go-Kampftag Sternenstaub, auch wieder von 0 bis 23.59 Uhr. Eine kostenpflichtige, befristete Forschung rund ums Kämpfen wird für 1 US-Dollar oder den entsprechenden Preis in eurer Landeswährung verfügbar sein. Für diese erhaltet ihr große Mengen einen Sternenstaub. Also, der erste Kampftag ist kostenlos, der zweite kostet was. Also, naja, an sich kostet es nichts. Ihr könnt an dem Tag natürlich kostenlose Kämpfe machen, aber wenn ihr diese Forschung dazu haben wollt, dann kostet die 1 Dollar. Boni. Insgesamt haben wir hier stehen. Viermal so viel Staub als Belohnung für Siege. Außer bei den Belohnungen am Ende eines Kampfes. Sets wird nicht mit dem dreifachen Sternenstaub-Bonus in den Meisterliga-Rotationswochen multipliziert. Ihr könnt von 0 Uhr bis 23.59 Uhr insgesamt 20 Kampf-Sets spielen, statt 5 pro Tag. Also insgesamt 100 Kämpfe. Kämeier auch. Die Belohnungen in der Season-Go-Kampf-Liga-Reising-Heroes. Garantierte Belohnungen beim Rangaufstieg. Auf Rang 1 gibt es also Dragoneer auf Platz 6. Castella bei 2.000 Punkten Milza bei 2.500 FM bei 2.750 Viscora und bei 3.000 gibt es Wrestler Pikachu im Legendenrang, was natürlich wieder Shiny sein kann. Gibt es denn jemanden hier aus der Community, der schon einen Shiny Wrestler Pikachu hat? Schreibt es mal in die Kommentare. Sonstige Belohnungen, alles aufgelistet. Rang 1, Quapsel, Ponida, Elektec, Wingull, Mediti, Rang 6, Panzer, Aeron, Quabbel, ab Rang 11, Onyx, Schlurp, Labras, Tratinica, Stella, ab Rang 16, Relaxo, Hisui, Sneebel, Zurokex, ab Rang 20. Gibt es dann legendäre Pokémon, die normal in den Raidkämpfen sind. Und dann halt hier Milza, FM, Viscora. So. Pass für befristete Go-Kampf-Liga-Forschung. Für die eifrigsten Kämpfer gibt es im Shop ein kostenloses Ticket für eine befristete Kampfliga-Forschung, sobald die Go-Kampf-Liga-Reising Heroes beginnt. Das haben wir ja irgendwie jetzt die letzten Monate auch schon immer gehabt, dass man so ein Ticket sich nimmt. Wer nicht viel kämpft, sollte das mal weglassen, weil das halt voll nervig ist. In dem Heute-Tab, in der Heute-Übersicht nimmt das den ganzen Platz ein. Aber ansonsten kann man das natürlich einfach aktivieren kostenlos, um immer mal trotzdem Bonus-Staub noch mitzunehmen, auch wenn es nicht so viel ist. In dieser befristeten Forschung werden eure Siege während der gesamten Season festgehalten. In jeder Stufe benötigt ihr 100 Siege. Für den Abschluss erhaltet ihr eine geringe Menge Staub und Items wie eine Top-Sofort-DM für 400 Siege und eine Top-Lade-DM für 500 Siege. Bleibt während der Season am Ball. Wie weit wollt ihr wohl kommen werdet? Wie? Was? Wie weit ihr wohl kommen werdet? Also die Top-Lade-DM ist eigentlich cool, nimmt man immer mit. Die hat man ansonsten aber immer aus den Kampftagen auch bekommen, weil es ja Forschungen gab. Aber für die, die jedes Mal sowieso aktiv spielen, aktivieren das einfach und nehmen auch immer diese Top-Lade-DM nochmal mit. Ist auf jeden Fall nützlich. Avatar-Artikel, andere Belohnungen haben wir dabei. Für das Erreichen bestimmter Ränge bekommt ihr Avatar-Artikel. Ihr könnt euch die folgenden Avatar-Artikel im Stil von Viktor verdienen. Einer Kampf-Choreophäe im Duellturm der Sinoregion in den Spielen Diamant, Perl, strahlender Diamant und leuchtende Perle. Auf dem Ass-Rang erhaltet ihr ein Oberteil im Stil von Viktor. Auf dem Veteran-Rang Schuhe. Auf dem Experten-Rang eine Hose. Und auf dem Legenden-Rang die Pose von Viktor. Auf Rang 19 erhaltet ihr eine Top-Lade-DM. Wenn ihr diesen Rang erreicht habt, erhaltet ihr zudem eine Top-Sofort-DM als Belohnung zum Saisonende. Das ist ja immer eigentlich mein Ziel, auf Rang 19 zu kommen. Meistens dümpel ich dann bei 21 rum. Da geht es ja nicht mehr weiter, weil es dann um Punkte geht. Aber die Top-Lade-DM versuche ich immer mitzunehmen. In der Saison dürft ihr euch auf die folgenden Cups freuen. Superliga, Hyperliga, Meisterliga. Dürfte alles klar sein. Meister primär. Hm, keine legendären Pokémon, keine mysteriösen und keine Ultra-Bestien. Fantasy Cup. Pokémon mit maximal 2,5. Drachen, Stahl, Feen, Pokémon. Galaflunsch, Likobalium dürfen nicht dabei sein. Farbcup, Superliga. Pokémon bis 1,5. Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro. Mountain Cup, Superliga. Auch bis 1,5. Eis, Bodengestein, Stahl. Außer Sumpex. Frühlingscup, Superliga. Bis 1,5. Wasser, Pflanzen, Feen. Außer Agrostella. Sonnenschein Cup, Superliga. Bis 1,5. Normal, Feuer, Wasser, Boden. Außer Glurak. Psycho Cup, Superliga. Bis 1,5. Nur Psycho-Pokémon. Außer Mew. Minicup bis 500 WP. Nur Pokémon, die entwickelt werden können, aber noch nicht entwickelt wurden, dürfen teilnehmen. Ihr könnt also kein, ähm, ja, 500 WP Latios zum Beispiel, was ihr jetzt bei der Höhen-Tour euch gefangen habt, nehmen. Denn das kann man ja nicht entwickeln. Also ist das auch ausgeschlossen. Entwicklungscup, Superliga bis 1,5. Nur Pokémon, die bereits entwickelt wurden und sich noch einmal entwickeln können, dürfen teilnehmen. Also Zwischenstufen. Wettercup, Superliga bis 2,5. Feuer, Wasser, Eis. Gestein darf teilnehmen. Elementcup, Mini bis 500. Feuer, Wasser, Pflanze dürfen teilnehmen. Fangcup, Rising Heroes bis 1,5. Es dürfen nur Pokémon eingesetzt werden, die während des Fangcups gefangen wurden. Mysteriöse Pokémon dürfen nicht teilnehmen. Neue Attacken, auch noch aufgelüstet, dann ist das ganze Ding auch zu Ende. Krawumms kann jetzt die Ladeattacke Überschallknaller lernen. Libeldra kann Überschallknaller lernen. Grandiras kann Überschallknaller lernen. Elfuhn kann die Sofortattacke Feenbrise erlernen. Das wirkt bis jetzt für mich am nützlichsten irgendwie. Und Aboqualyb kann die Ladeattacke Surfer erlernen. Ansonsten ist das alles zur momentanen Season. Ihr könnt ja mal runterschreiben, welchen Rang habt ihr in der letzten GBL Season erreicht. Ich bin bei 21. Ich versuche, wie gesagt, immer 21. Und dann geht es wieder los. Habt ihr Bock? Seid ihr fett in der Materie drin? Oder interessiert euch GBL gar nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, ich freue mich auf die Top-Lade-TMs. Mal gucken, wie weit ich bei dem anderen Ding komme. Aber da war ich bis jetzt noch nie auf der letzten Seite, dass ich mehrere Top-Lade-TMs also bekommen habe. Immer nur die für Rang 19. Ansonsten mal gucken, ob gleich diese Twitter-Grafik kommt. Da kann ich euch das besser mit den Raid-Bausen vorlesen. Wie es jetzt weitergeht, vor allem im März. Bis dahin. Peace out for house. Euer Ramses.